Hallo liebe Community, hier ist wieder euer Leofair von Möbius Gaming und wir schauen uns heute das Game of Thrones Telltale Game an. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Game so vor sich geht, aber wenn es sich an die Bücher und die Filme hält, sterben unendlich viele Leute. Ich hoffe, dass keiner von den spielbaren Charakteren stirbt, damit könnte ich glaube ich nicht umgehen. Aber wir schauen einfach direkt an, ich habe es noch gar nicht angezockt, ich habe keine Achievements, nichts. Ja, Tyrion Lannister, super, mega cooler Charakter, jetzt sofort Fan-Bonus schon das Game. Episode 1, ja genau, komm schon, auf geht's, Eros del Sol, Vamos Albanio, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Es ist verdammt warm hier, also es ist kein Problem, der Winter kann gerne kommen zur Zeit. The choices you make, the story is tailored by how you play. Ja, das erwarte ich von dem Telltale Game, da erzählt er mir nichts Neues, also. For thousands of years, House Forester have been loyal bannered to House Dark Forester. Wir sind also aus dem House Forester. In the darkest reaches of the Wolf's Wood, Wolf's Wood they harvest, the rare Iron Wood trees. Now the North has been ripped apart by war, and rival houses seek to claim, Forester ironwood for themselves, and the fate of House Forester hangs in the balance. Ja, das ist wirklich ein tragisches Schicksal. Oh, ist das hier unser Logo, unser Symbol hier? Da hinten sehen wir das Logo von den Starks und Forester. Das interessiert doch. Oh, ja, es geht sofort mit Blut los, das passt ja schon mal sehr. Select and pick up. Also ich kann einfach direkt draufklicken, okay. Make sure, es ist spaltlos, diese Zeit. The old Forester wird nicht so glücklich mit Blut und Blut, all das hier. Geh auf, es ist nur Blut. Okay. Ja, das ist echt ein Babo, wenn der Körperflüssigkeiten mit einem einzigen Wisch wegstreichen kann. Ich werde es mir selbst wegstreichen. Du, du wirst niemals eine Sparte wie das. Ich sage das als Freund. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind nur ein Schreier. Warum nicht? Ich habe keine Sparten wie das für große Farners. Ich hatte einen Handeck, du weißt. Und was? Ich habe ihn geholfen? Er war nicht nahe der Kingslayer in der Whisperer-Mode. Er war so trank, er hat ihn gar nicht aus seiner Tente gemacht. Nächster wird uns sagen, er hat Tyrion auch. Du denkst, er ist leid? Oder hat die Wahrheit stattgefunden? Du hast den Kingslayer geholfen? Oh, wie witzig. Ich habe ihn zu seinen Niedern gebracht. Oder ein Forrester. Aber nicht bevor er dich rausgebracht hat, weil er sich auf deinem Gesicht überrascht hat. Du fragst Norens Ehre. Mhm, mhm. Ich fragst Norens Geschichte. Er ist immer mehr weit weg, als er es sagt. Ja. Ja gut, weil es mein Job ist, dann mach ich's halt. Hasch auf Zeit nach Amoy. Danke, Garrett. Ich mach's. Ich bin Garret. Garret aus dem Haus Forrester. Garret aus dem Haus Forrester. Zu viele Häuser. Ich hab's nie gesehen, wie der Tag der Kingslayer geholfen hat, Pornoran über die Bordelbillen. Ho, 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 ho. Ja, wir trinken ja nämlich auch. Ja, wir trinken ja nämlich auch. Hey, man hätte hier jeden Scheiß sagen können, aber so North Remembers finde ich sogar noch gut. Winter is Coming wär so negativ gewesen. Ja, ist das geil. Ja, mein Herr. Das ist auch die Frage, was hat er mit dir gemacht? Hm-hm. Hm-hm. Der Typ ist total nett. Der hier in seiner Rüstung ist total nett. Der ist so gut wie tot. Aber das ist morgen. Heute Nacht stirbt er mit Sicherheit. Und ich will nicht, dass die jüngsten Wehrer entschuldigt werden. Ja, mein Herr. Jetzt geh und find Roderick, wenn du kannst. Ich will, mein Herr. Danke. Ja, kein Problem. Haha, ich bin widerlich nett. Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Ich sag mal nichts. Ich glaube, er war der Herr, wie er ordnete. Siehst du, da bist du glücklich. Lassen Erwartungen. Ich habe mich aufgetrunken, in Pigs, Schubel und Slop. Vielleicht würde ich denken, dass er seine Rüstung war der größte Arme in den siebten Königern. Und ich glaube, er schlägt den Pigsvermögen. Aber nicht mit viel. Einfach mal reden lassen, die Leute. All I'm saying is, at this rate will never be more than this. Which is nothing. The lowest of the low. I know, we could be Squires for life. All in wine around a fucking wedding. What a waste of fucking time. Give it time. You'll get there. We're easy for you to say. Maybe if my uncle were a castle in a house forrester, I'd feel different. Who my uncle is, has nothing to do with it. How much further? It's right over there. Es gibt halt richtig viele Sachen in diesem Universum von Game of Thrones, die man so vielleicht gar nicht mitbekommt. Erstmal. Boah, ist der Typ creepy. Okay. Don't expect me to carry it for you, Sir Gerrit. Wir werden hintergangen. What? What's wrong? What's going into you? You're acting rather odd. We need to get back. Now. They're fine. They can wait. No, you don't understand. We need to go. Then take the fucking flag in already. What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. You go, if you're in such a rush. We have to warn the others. Es ist wichtiger, den Lord... Genau das meinte ich. Los, lauf! Lauf, Junge Mann, Alter! Komm schon! Los jetzt! Alter! Oh! Kann ich irgendwann... Oh, oh, oh! Ah, so, jetzt aber! Ja, so ist das schön, geil! Ordentlich! Ordentlich Kampf! Click and hold and drag. Ah, so. Ja, war ja klar, dass wieder sowas irgendwie passiert. Ja, gut, der ist tot. Da kann man nichts machen. Da müssen echt ne Menge Leute leben. Ihr shootet mich hier nicht, Leute. Was? Au! Au! Weil er auch Morgul ist? Ist er aber zynisch! Komm schon, auf geht's! Jetzt will ich aber echt nochmal was sehen. Ready, Boys? Nice! Wow! Shoot! Das ist ein! Hui! Bamm! Einfach umtacklen, die ganzen Säcke. Ja, so ist das nice. Hahaha! Es hat sehr viel von diesem Feeling. von Game of Thrones. Oh, jetzt. Crawl forward to safety. Ja, das krieg ich hin. Ich muss ja nur gedrückt halten. Ku, 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 ku. Ja, kam schon. Eee! Ja! Hahaha! Boah, ich liebe dieses Game. Jetzt schon, das ist so awesome. Ja, auf geht's. Bäm, links. Unten! Ja, ku! Ah, noch mehr ku! Komm schon, ku, ku, ku. Aber ich hab doch ku gedrückt. Was soll das Scheiß? Und, und links wieder. Ja, und die wurde jetzt einfach zermanscht. Äh, es ist schon sehr Game of Thrones-lastig. Klar, es ist ein... Junge Mann, man soll nicht mitten im Kampf den Namen einer anderen Person rufen. Ey, das lenkt die Leute ab. Das bringt sie aus dem Flow. Oh, ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Wo ist mein Schuier? Du hast ihn nicht verlassen, hast du? Was ist mit ihm passiert? Sprich auf, Junge. Ich musste ihn verlassen. Ich hatte keine andere Wahl. Komm schon, jetzt greift ihr die Waffe, Mann. Ich hab doch die Waffe gegriffen. Seht ihr, das meinte ich. Das meinte ich. Da ist ein netter Charakter und der wird sofort bestialisch abgeschlachtet. Das ist Game of Thrones. Mann, ey. Mann. Wieso hab ich jetzt das Schwert nicht? Tut mir leid, ich reg mich schon so auf. Jetzt greif doch mal zu. Das sehe ich ganz genauso. Mann, Junge. Du hast es einfach nicht gecheckt. Wenn jemand dir sagt, du sollst X tun, zu deiner eigenen Sicherheit, dann tu X. In solchen Situationen zumindest. Ja, geiles Intro. Supergeil. Das ist das Geile, wenn man das Geld hat für, für, äh, hier Lizenzen. So geht das ab. Das ist richtig nice. Ach, schaut euch das an, das ist alles selber irgendwie, äh, nochmal irgendwie. Okay, so Wall kennen wir ja. Das sind wahrscheinlich jetzt all die Städten, denen wir hier begegnen werden, in der, in diesem Game jetzt hier, weil eigentlich beim Intro ist ja immer so, die Sachen, wo jetzt das Ganze spielt, dort poppen halt auch die Gebäude auf. BAM! Iron from Ice. Schick, schick, schick. Der Typ muss sich dumm und dämlich verdienen hier, dieser, äh, äh, Martin. Schick, 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 schick. Hallo, kleines Mäh. Kann ich eigentlich mit Test-Druck irgendwas machen? Blood. Blood. Das Game kann ich mir sehr gut vorstellen, spielt sich auch auf Konsolen sehr gut. Fresh Blood. Na okay, ich kann nicht weiter umgucken. Mäh. Was jetzt? Überall wird irgendwer abgeschlachtet. Oh, ich hasse diese Serie. Ich liebe diese Serie. Ich hasse diese Serie. Wir sind jetzt bei Staffel 5 mittlerweile angekommen. Also, wir haben Staffel 5 komplett durch. Ist großartig. Äh, einige Sachen kotzen mich so dermaßen an, aber das ist wahrscheinlich immer so. Ich werde trotzdem weitergucken. Da denke ich mir einfach, was für widerliche Leute, äh, denken sich da die Geschichte, den Fortgang der Geschichte aus. Einfach obszön. Ja, was, deine Leute werden jetzt natürlich auch angegriffen, das ist halt so. Komm schon, Mann, zieh den Zweihänder! Bolton! Oh, das sind Leute mit Sachverstand. Das sind die wirklich guten. Richtig. Wir tun es im Ramsey Bolton-Style. Wir sterben jetzt Boltons! Ja, sagte das Kankero. Komm schon. Ja, versuch's. Mein Land! Das ist Bolton-Land jetzt, Junge. Denkst du? Der Bolton ist der neue Warden des Norden. Ich denke, er mag eine properen lösliche Sorge so wie das. Äh! Kuh! Mal gut, dass er nicht komplett unter Druck ist, der Junge. Ich werde diesen Sorge haben, Junge. Halt doch mal deinen Maul. Gimpo. Fuck you! Fuck you! Kann ich auch mal irgendwas drücken? Was soll das? Ich hab doch die richtigen Tasten gedrückt. Was soll denn der ganze Scheiß? Jetzt sag mir nicht, dass du mit einer Fork besser umgehen kannst. Nein, wir sind nämlich Ex-Tandler sind wir. So! So! So machen wir das im Auenland. Kommt schon, hier. Bamm! Einfach weggetacklet! Jetzt holen wir uns unser Schwert wieder. So ist das nice. Ach komm schon, das Bein braucht kein Mensch. Kuh machen wir hier. Auf geht's! Zack! Und jetzt E. Jawohl! Selbst mit nur einem Bein reiß ich solche Leute noch locker um hier. Und jetzt hoch! Nice! Hahaha! Wir machen das im Bolton-Style, Mann! Bamm! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mercy, muss ich ganz ehrlich sagen, würde mich richtig wundern, wenn du mit auch nur einer guten Tat in diesem Franchise hier auch nur irgendwas reißen kannst. Mann! Finde ich so gemein! Jetzt kommt hier so eine moralische Entscheidung, gut, böse, und dann poppt hier auf von wegen, ja, der erinnert sich daran, dass du seine Leute umgebracht hast, von dem Haus, was dafür bekannt ist, Gemüse aus den Leuten zu machen. Tja, aber damit bist du jetzt ein Ritter. Lieber, wie heißt du nochmal? Forbister, Squire? Ja. Ich bin voll dabei. Ich bin jetzt schon voll drin. Ich hoffe, euch gefällt es auch. An dieser Stelle mache ich jetzt erst schon mal eine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Bis dann. Ciao.